Guten Morgen! Guten Morgen! Wie geht es Ihnen heute? Sehr gut, danke! Wie heißen Sie? Was ist Ihr Name? Mein Name ist Nicole. Mein Name ist Nicole. Und Sie stammen aus Österreich, nicht? Also, meine Vater ist Österreicher, meine Mutter ist Italienisch. Aber ich wohne in den USA. In den USA, ja. In Seattle. In New York City. In New York City. In New York City. Aber ich wohne auch in Seattle. Also, ich habe dual citizenship. Ich bin Australien und Amerikaner. So, beide sind nach Hause. Jetzt sind sie nach Hause. Sehr schön. Und ist es Ihr erste Mal hier? Nein, es ist meine dritte Mal hier. Ah, du magst es? Ich liebe es. Es ist schön. Es ist ein schönes Umgebung. Sehr schön. Also, Nicole. Und was ist dein Leben? Ich bin ein Artist. Ich bin ein Conceptual Artist. Und auch Yoga. You teach Yoga. What kind of Yoga? Hatha oder was? Ich bin ein蹭inger in den USA. Seit 2007. Was ist deine Spezialisierung? Hatha Yoga? Mein Fundational Training war in Hatha. Meine hohen advanced Trainings waren in Vinyasa. Wie Kundalini. kundalini so I will teach a fusion so you're teaching New York but you started in New York and I studied yoga I many places in Boston in New York in the Bahamas yeah I just came back from India I was living in seven months and you have been in India this year I just came from India okay yeah so you you know Gloria you were you know everything you know lemon I know that is right I know Gloria I love it's such a it's such a beautiful island thank you thank you very much have a nice time and thank you for this good bye bye